Einen wunderschönen guten Morgen zur Zeit der Magischen Stunde. Die Magische Stunde ist für mich der Moment kurz vor Sonnenaufgang und den haben wir gerade. Es ist Viertel vor sieben am Horizont, am Ufer der wilden Loire geht gerade die Sonne auf. Samira und ich sind aus unseren Zelten gekrochen, leicht angefroren, denn es wird jetzt die letzten Nächte, wird es hier an der Loire auch richtig frisch. Und ja, es ist einfach Fakt, so ein Zelt ist keine beheizte Steinbehausung, ist kein Wohnmobil, ist kein Wohnwagen mit Heizung. Es ist einfach ein bisschen Stoff, ein Stoff, der allerdings von ganz besonderer Güte sein muss. Denn eins ist entscheidend beim Kampieren in Zelten, auf diese Zelthäuser, auf diese Zeltbehausungen muss man sich verlassen können. Und ja, das rote Zelt im Hintergrund, da wollte ich gerade mal ein paar Worte zu sagen. Es ist ein Hilleberg Zelt, ein Zelthersteller aus Schweden mit legendärem Ruf. Und diesen legendären Ruf habe ich einst etwas beschädigt, denn ich bin mit diesem roten Zelt im Hintergrund, sind wir damals losgezogen. Es war im Jahr 2006 gekauft, hatte ich dieses Hilleberg Saivo, damals schon für 1100 Euro. Im Jahr 2002, dann kam eine Serie von Unfällen, weniger Zeltreisen, weniger Zelteinsätze. Dann 2006, langer Zelteinsatz bei einer Kanutour auf der Donau. Und damals brachen bei diesem Zelt etliche Zeltstangen, mitten im dicken Regen, aber ohne Sturm, ohne extreme Sonderbelastung. Ja, und das hat damals dazu geführt, dass ich die Zeltstangen zurückgeschickt habe an die Firma Klobetrotter, bei der ich das Zelt gekauft hatte. Die schickten mir neue Stangen für 256 Euro. Und als ich die neuen Stangen sah, stelle ich fest, die waren besser, stärker, stabiler, anders als die Modelle oder die Stangen, die kaputt gegangen waren. Ja, und als ich das reklamierte und sagte, ich hätte gerne die Stangen umsonst, da warf mir ein Klobetrotter Mitarbeiter vor, ich wäre zu blöd, Zelte aufzubauen. Und hätte wahrscheinlich die Zeltstangen falsch behandelt. Ja, und daraufhin habe ich das alles mal genau fotografiert. Mit Makroaufnahmen von den gebrochenen Zeltstangen, Makroaufnahmen von den neuen Zeltstangen. Habe daraus eine Websiteseite auf meiner kanukassel.de-Seite hergestellt und habe den Link dazu kommentarlos an Hilleberg in Schweden und an Klobetrotter in Hamburg geschickt. Eine Viertelstunde später rief mich der Geschäftsführer aus Hamburg an und sagte, natürlich hätte ich recht und natürlich müsste ich die Stangen nicht bezahlen. Aber ich möge doch bitte den Mitarbeiter aus dem Schussfeld nehmen, den ich namentlich mit E-Mail-Schriftverkehr in meiner Website-Dokumentation genannt hatte. Ich tat es nicht. Aber die Überschrift damals meiner Rache an Klobetrotter und dem unseriösen Kundenberater, nämlich der Satz, Hilleberg eine Legende stirbt, den will ich heute mal 2020 revidieren. Dieses rote Zeltchen im Hintergrund, mein Hilleberg Saivo, freut mich jedes Mal, wenn ich es wieder aufbaue, wenn ich feststelle, auch nach 18 Jahren ist dieses Zelt immer noch tiptop mit den Zeltstangen, die ich damals erneuert bekam. Und auch so ein Zelt, und das ist das Entscheidende beim Kampieren draußen, beim Leben draußen, beim Leben in der Wildnis, ein Zelt muss extrem verlässlich sein. Es muss halten in Regen, in Sturm, in Hitze, in Kälte. Denn mein Leben hängt, es hing, hing sehr oft bei meinen zahlreichen Touren von der Qualität meines Zeltes ab. Und ja, deshalb hier und heute ein Lob auf Hilleberg, nicht als Werbung, nicht als Tralala. Wen das genauer interessiert, wovon ich gerade erzählt habe, der findet auf meiner Website www.kanukastle.de unter den tausend Seiten, die dort als Monsterdokument meines bunten Reiselebens immer noch existieren, findet dort das, was ich gerade erzählt habe, Hilleberg, eine Legende, stirbt. Und heute muss ich sagen, nein, Hilleberg bekleidet mich immer noch auf den neuesten, jüngsten Touren, auch jetzt aktuell wieder hier an der Loa.